Mit ihrer scheiß Politik auf Nacken von der Bevölkerung austragen, so. Irgendwelche Wichser, die oben in ihren scheiß Regierungen sitzen, lassen es dazu kommen, fordern es heraus, dass ein Krieg stattfindet, damit die ihre scheiß Territorien erweitern können oder ihre Territorien verteidigen können. Und wer blutet dafür? Das Volk. Die Menschen, die damit gar nichts zu tun haben. Capital Bra vor sieben Jahren, als er noch nicht Mainstream war. Wir Ukrainer, wir wollten nie mit Russland Streit, doch die Amis provozieren aus dem Hinterhalt. Der Bra einfach voll auf Modus, Diggi. Ich bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich denn kommen? Bete zu Gott, bitte übernimmt Kontrolle. Was ist deine Meinung zu dem, was in der Ukraine passiert? Ist traurig, Bro. Fühl dich nicht. Für die Menschen vor allen Dingen, so. Mit ihrer scheiß Politik auf Nacken von der Bevölkerung austragen, so. Weißt du, wie ich mein? Irgendwelche Wichser, die oben in ihren scheiß Regierungen sitzen, lassen es dazu kommen oder erfordern es heraus, dass ein Krieg stattfindet, damit die ihre scheiß Territorien erweitern können oder ihre Territorien verteidigen können oder eine Weltmacht weiterbleiben können und so eine Scheiße. Und wer blutet dafür? Wer blutet dafür? Das Volk. Die Menschen, die damit gar nichts zu tun haben. Die meisten Menschen, die normal leben, egal wo, wollen Frieden. Die wollen glücklich sein. Die wollen Harmonie. Die haben keinen Bock zu kämpfen. Die haben auch kein geopolitisches Interesse an irgendwelchen Territorien oder so einen Scheiß. Die wollen einfach nur happy sein. Das ist so traurig, dass das auf dem Nacken immer von den ganzen Menschen ausgetragen wird, diese Machtkämpfe. Weißt du, wie ich meine so? Das ist für mich das Allerschlimmste. Das steht für mich auch an erster Stelle. Und danach kommt dann, sollte man sich beschäftigen, was die Medien erzählen, was wirklich der Grund ist, wer wirklich Aggressor ist und so eine Scheiße. Da kann man sich im Nachhinein drüber informieren. Aber das Allerschlimmste ist einfach, dass das auf dem Nacken von den Menschen ausgetragen wird. Von den Menschen, die gar kein politisches Interesse an irgendwelchen Territorien haben oder so einen Scheiß. Das ist einfach nur sad. Nimmt einen auch mit. Weißt du, wie ich meine so? Weil man ganz genau weiß, dass die Menschen, die da jetzt sterben, die bluten, die Familien verlieren, die flüchten müssen, egal was die machen müssen. Man weiß ganz genau, dass die gar nichts damit zu tun haben. Und das ist so, daran merkst du wieder, die verfickte Politik. Es gibt immer noch Leute, die daran glauben, dass die uns was Gutes wollen. Aber diese verfickten Wichser wollen uns Menschen nichts gut, die scheißen auf uns. Denen ist nur wichtig, welches Territorium, wer hat mehr Macht, wer hat mehr Atomwaffen und so. Wer wirklich noch darin vertraut, dass irgendeiner von diesen Wichsern, die da oben sitzen, ein Interesse daran hat, dass es uns Menschen gut geht, wie wir hier unten leben. Unten, ich sag bewusst unten. Die sind oben, wir sind unten. Es ist so. Wenn einer von denen, wenn ein Mensch noch glaubt, dass die wirklich ein positives Interesse an uns Menschen haben, der ist lost. Das ist einfach nur lost. Und das sollten mittlerweile immer mehr Menschen hoffentlich verstehen. Und wenn dann mal wieder so eine Scheiß kommt, hinterfragt einfach alles, was die mit uns machen. Weil am Ende des Tages wollen die uns nichts Gutes. So. Das ist einfach so. Es ist traurig, aber es ist wahr. Internet hält uns spirituell krank. Ja, nicht nur das Internet, die ganze Welt, Bro. Die ganze Welt. Ich hab trotzdem das Gefühl, dass es immer mehr Menschen gibt, die wirkliches Interesse daran haben, was los ist. Was die Wahrheit ist. In was für einem Schein wir leben. Und die versuchen möchten, da rauszukommen. Und was ich auch geil finde, ist, dass diese Menschen sich untereinander auch finden mittlerweile. Corona hat das eigentlich erst möglich gemacht. Durch Corona habe ich so viele Menschen kennengelernt, die mit mir auf einer Wellenlänge sind, die ein gleiches Interesse daran haben, zu verstehen, was los ist. Weißt du, wie ich meine so? Und vor allen Dingen halt auch auf der Suche sind nach dem, was uns Menschen ausmacht. Und das findest du nicht in Geld. Das findest du nicht in dem, was die Medien dir von Kindheit eintrichtern. Das findest du in dir selber. Aber wie viele Menschen gehen noch in sich selber rein? Kaum Menschen gehen noch in sich selber rein, weil wir diesen Erfolg im Außen suchen. Aber es ist im Inneren. Wir haben das alle in uns. Gott hat uns das Leben geschenkt. Und er hat uns was eingepflanzt, was der Ursprung ist. Wo wir alle herkommen. Und dahin müssen wir zurückfinden. Und wenn wir da sind, dann werden wir erst wirklich merken, was uns wirklich glücklich macht. Und durch diese ganze Angstmacherei, Medien, Social Media, Einflüsse von allen Seiten, schon in der Schule fängt es an. Und dadurch fangen die Menschen gar nicht erst richtig an, sich selbst zu suchen. Und das ist wichtig. Es ist einfach wichtig für jeden Einzelnen. Lasst euch nicht zu viel blenden. Guckt nicht zu viel nach außen. Konzentriert auf euer Inneres. Auf euer Inneres. Da ist was, da ist was, das ihr finden könnt. Und dann werdet ihr glücklich sein. Daran glaube ich von ganzem Herzen. Ich finde, dass Nikolai und ich, also wenn ihr euch den Talk wirklich richtig anguckt, so. Den Talk mit mir und Nikolai Binner. Geht da nochmal rein. Wäre geil, wenn einer von den Moderatoren das mal in den Chat reinposten könnte. Auf beiden Seiten. Geht da nochmal rein. Da haben wir sehr viel über so eine Sachen geredet. Und ich finde, wir haben echt auch gute Dinge dazu gesagt, so. Merkst du, keiner redet mehr über 2G, 3G? Ja, lauter doch. Lauterbach hat auch schon ein bisschen Angst gehabt, so habe ich gesehen. Lauterbach hat auch schon ein bisschen Eierflattern bekommen. So, hat wieder versucht, ein bisschen mehr Panik reinzuschieben, so. Weil sein Lebensinhalt wird ihm gerade genommen. Es ist, es ist... Bruder, wie nochmal, nochmal, ich will es nochmal betonen. Keiner von diesen Schwänzen, keiner von diesen Schwänzen hat ein Interesse, wie wir hier leben. So, versteht das. Glaubt das auch, weil es ist so. Ihr seht das jetzt. Jetzt, diese ganzen Menschen, die gerade sterben, ne, die sterben nur wegen dem, was die da fabrizieren. Weil die irgendwelche Machtkämpfe untereinander haben, irgendwelche Territoriumskämpfe, irgendwelche Pharmakämpfe mit Geld und mit dies und mit das. Bro, ich bin mir sicher, es gibt noch ein paar Menschen, bestimmt im Bundestag oder in der ein oder anderen Regierung, die ein wirkliches Interesse daran haben, dass es den Menschen gut gehen soll. Die kümmern sich, weißt du, wie ich meine so, aber die werden niemals an die Macht kommen. So, die werden immer in der Opposition rumhängen oder irgendwie einen kleinen Posten irgendwo bekommen. Du musst ein abgewichster Motherfucker, der auf Menschenleben scheißt sein, damit du da was erreichen kannst. Und das alleine sollte den Menschen zeigen, dass die uns Menschen nicht mögen. Und so. Die sind, die sind unter sich und die wollen da auch bleiben. Hauts, Emotionalität, man. Ja, es ist halt, es ist halt einfach traurig, bro. Ich habe mir ein Video von Capital Bra reingezogen, Diggi. Ein Video, boah, lass uns mal die ersten paar Sekunden, das ist bestimmt auch auf Copyright-Basis angelehnt, so. Capital Bra vor sieben Jahren, als er noch nicht Mainstream war. Das ist auch ein Thema, was ich vorhin in meiner Story kurz geteilt habe. Ich finde es so schade, dass fast eigentlich alle Rapper, die Mainstream werden, ihre Stimme verlieren. Im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland droht Moskau jetzt mit einem Militäreinsatz. Präsident Putin bekam vom Parlament die Ermächtigung, zusätzliche Truppen in das Nachbarland zu entsenden. Vor sieben Jahren, Diggi. Bitte rat mir zu, mehr verlange ich nicht. Ich erkläre euch den Konflikt aus einer anderen Sicht. Wir Ukrainer, wir wollten nie mit Russland Streit. Doch die Amis provozieren aus dem Hinterhalt. Politiker, die für alle Menschen reden. Es geht um Geld und Macht, uns geht zum Menschenleben. Russische Panzer, die in mein Land einfahren. Du siehst Tote vor dem Maidan. Leute werden eingesperrt, andere werden umgebracht. Bitte Gott, leg die Hände über unser Land. Es geht um meine Familie, sie haben's nicht verdient. Sie wollen keinen Streit, sie wollen keinen Krieg. Doch die da oben haben eigene Absichten. Sie verwöhren uns mit Nachrichten, guckt was sie anrichten. Guckt wie die Leute leiden. Scheiß auf eure Politik, lasst das Volk entscheiden. Russische Paz... Der Bra einfach voll auf Modus, Diggi. Einfach voll da gewesen. Krass, Mann, Alter. Der so richtig so boom. Das ist Rap, Bro. Das ist Hip-Hop, Diggi. Man merkt doch in seiner Stimme alleine so, was für ein, was für ein, was für eine Wut der hat. So, weißt du, wie ich mein? Das war vor sieben Jahren, Bro. Auf den Straßen der Krim heute Nacht. Die Situation eskalierte dramatisch. Dort spitzt sich die Lage vor allem auf der Albinsel Krim zu. Ukraine wird mehrheitlich von Russen gewohnt. Neben der Hauptstadt Zimferopol hat vor allem der Schwarzmeerhafen Sevastopol strategische Bedeutung als Stützpunkt der russischen Marine. Und sie reden nicht, sie schicken Militär. Ein Kampf zwischen Gut und Böse, aber wer ist wer? Und ihr erkennt das nicht, wir sind uns einig. Scheiß auf die Amis, guck, wie Putin unser Land verteidigt. Sie lügen in die Medien und ihr fällt drauf rein. Guck, wie zwei Mächte unser Land aufteilen. Keine Politik, nein, das ist Schwachsinn. Und wegen diesem... Tja, guck, wie zwei Mächte unser Land aufteilen, Bruder. ...sterben Jungs mit 18. Ihr macht die Leute kaputt, man sieht es in den Augen. Ihr könnt uns alles nehmen, aber niemals unseren Glauben. Wir wollen keinen Krieg, wir brauchen keinen Herz. Wir haben kein starkes Militär, aber ein starkes Herz. Ich bitte den Präsidenten Vladimir Putin... Boah, Digga, leider. ...hilfe beim Versuch, auf der Krim die Sicherheit wiederherzustellen. Vladimir Putin forderte heute die Genehmigung auf ukrainischem Staatsgebiet Russland. Ich küsse dein Herz für diesen Song. Wirklich. 2014. Ich küsse sein Herz für diesen Song. Ungewohnt, Dieb der Bratan. Ja, für alle Leute, die den Song nicht kennen, der war vor sieben Jahren. Der heißt Kapital, auch nicht Kapital Bra, sondern nur Kapital. Kein Krieg in Ukraine. Was denkt ihr, was mit ihm passieren würde, wenn er den Song heutzutage raushauen würde? Was denkt ihr, was passieren würde? Weil sowas braucht man, weißt du, wie ich meine, Kunst und Rap sind dazu da, genau solche Sachen unverblümt anzusprechen. Und für alle Leute, die, und da sieht man auch vor sieben Jahren, der Song passt wie die Faust aufs Auge zu der heutigen Situation. Da soll mir keiner sagen, man hätte das nicht kommen sehen können. Weißt du, wie ich meine, so? Vor sieben Jahren, Bro. Und es ist nicht das erste Mal gewesen, dass es da so einen Zwist gab in der Ukraine, weißt du, wie ich meine, so. Das ist alles, alles, Bro, ist alles. Ja, was soll ich dir sagen, Bro. Ja, was soll ich dir sagen, Bro.